Hallo ihr Lieben! Es gab heute nicht nur das Abbild, sondern auch drei neue Gutscheincodes, die ich hier einmal einblenden werde. Einmal PotatoHurt, aber nicht so geschrieben, sondern einfach POT4TO34RT Keine Sorge, ich werde es natürlich hier einblenden. Hallo Uhr! Dann einmal die Star Stable News, aber auch anders geschrieben. Und ich kann es nicht genau lesen, irgendwas mit Opal13. Auf jeden Fall, ich werde hier drei neuen Codes hier einfügen. Die werden alle mit Zahlen auch geschrieben, deswegen ist es etwas verwirrend. Wie gesagt, drei neue Codes und wir schauen auch direkt im Briefkasten, was die überhaupt sind. Ein Pulli, Stiefel und eine Hose. Oh! Der Pulli hat auf jeden Fall was an sich. Auch wenn wir gerade Sommer haben. Sieht gar nicht mehr sogar so schlecht aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den neuen Sachen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!